Deutschlandfunk, Informationen am Mittag. Es ist ein Herzensprojekt des Präsidenten, also eine Herzensangelegenheit, hat er immer wieder betont. Joe Biden möchte den Sozialstaat in den USA in Teilen reformieren, eben mehr für die ärmeren Schichten tun. Doch die Umsetzung dieses Projekts wird immer schwieriger, denn die Unterstützung schwindet. Mehr dazu von Doris Simon. Die Pläne stünden im Gegensatz zur Tendenz der letzten 40 Jahre, immer mehr Aufgaben und Risiken weg vom Staat in die Verantwortung des Einzelnen zu verlagern, sagt Professorin Jennifer Greenfield, die an der University of Denver zu Gesundheit und Wohlstand lehrt. In den letzten Jahrzehnten wurde in den Vereinigten Staaten viel mehr Wert auf die Idee gelegt, dass man sich um seine Gesundheit, seine finanziellen Bedürfnisse und so weiter kümmern sollte. Umso revolutionärer und für manche US-Bürger geradezu sozialistisch sind Bidens Vorhaben, wie etwa zwölf Wochen bezahlte Eltern- und Pflegezeit. Nur fünf Prozent der Beschäftigten in den USA haben Anspruch auf Vergleichbares über ihren Arbeitgeber. Populär ist der Vorschlag für Pflegedienstleistungen zu Hause. Ein weiterer Schwerpunkt der von beiden geplanten Sozialreformen liegt auf der Bildung. Bessere Ausbildung und mehr Geld für schlecht bezahlte Lehrer, vor allem aber zwei Jahre kostenfreier Vorschulunterricht für alle drei- und vierjährigen und zwei gebührenfreie Jahre Studium am Community College. Bidens Build Back Better Sozialpläne sehen auch Geld für Kinderbetreuung vor, die in den USA pro Jahr durchschnittlich 10.000 Dollar kostet, oft aber auch mehr. Ganz neu ist auch das monatliche Kindergeld von 250 bis 300 Dollar, das den geringen pauschalen Abschlag auf die Steuer zum Jahresende ablöst, bei dem Geringverdiener bisher leer ausgingen. Es wird die Kinderarmut im Land halbieren, sagte Biden. Das sei eine starke Botschaft an die US-Bürger mit Kindern. Hilfe sei da. Aber nur für kurze Zeit. Im Dezember lief der bereits vorab gezahlte neue Child Tax Credit aus. Das Build Back Better Billionen-Paket, gedacht als Wahlkampfschlager für die Novemberwahlen, könnte das größte Eigentor der Demokraten werden. Monatelang stritten sich demokratische Kongressmitglieder über Inhalt, Umfang und Laufzeit, sowie die Gegenfinanzierung der Kosten. Bis der konservative Senator Joe Manchin sagte, angesichts der hohen Inflation könne er keine billionenteuren Sozialprogramme unterstützen. Ohne den Senator aus West Virginia gibt es keine Mehrheit für das Paket, denn die Republikaner werden geschlossen gegen die Sozialreformen stimmen. So, wie viele Wähler es auch tun würden, sagt Sozialwissenschaftlerin Jennifer Greenfield von der University of Denver. Es gibt seit Beginn dieses Landes diese allumfassende Idee, dass es eine individuelle Verantwortung ist, genug zu verdienen, um wirtschaftliche Schocks überstehen zu können. Der Staat soll sich nicht einmischen und schon gar nicht umverteilen. Das große soziale und ehrenamtliche Engagement vieler Amerikaner passiert auf freiwilliger Basis. Angesichts von 90 Millionen nicht- oder unterversicherten US-Bürgern sei Crowdfunding für Operationen durchaus üblich oder Urlaubsspenden unter Arbeitskolleginnen, damit jemand Kinder oder Eltern pflegen könne. Wenn die Regierung als Problem betrachtet werde, dann suchten Amerikaner nicht nach Lösungen, die die Regierung einbezögen, selbst dann, wenn es nötig wäre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.